Ja, meine Freunde, Analyse, 2-0 verloren gegen Mainz im Heimspiel, Wahnsinn, Wahnsinn, wie man sich selber dann doch schlagen kann oder wie sehr man sich selber auch wehtun kann, Paradebeispiel dafür sind wir, erstmal Glückwunsch an die Mainzer, verdienter Sieg, verdienter Sieg, für uns verdiente Niederlage, brauchen wir überhaupt nicht drüber reden, ganz klar haben wir dieses Spiel bodenlos verdient verloren. Ich habe noch vor dem Spiel gesagt, ich habe so ein bisschen Angst, dass es wieder so wird wie gegen Augsburg, scheinbar kommen wir damit auch überhaupt nicht klar, als Favorit in ein Spiel reinzugehen, das haben wir auch wieder mal bewiesen, aber was ich direkt mal vorab sagen möchte, natürlich könnt ihr jetzt, oder kann man jetzt auch sagen, das Spiel müssen wir abhaken, ja, mal verliert man, das gehört auch zu so einer Saison dazu, zum Reifeprozess dazu, kann ich alles verstehen, so Niederlagen gehören auch dazu, keine Frage, was aber nicht dazu gehört, ist diese Moral, diese Moral und die Einstellung der Mannschaft gerade in der zweiten Halbzeit war absolut bodenlos, weil das Schlechteste, was die in dieser Saison bis jetzt gezeigt haben, das muss man auch ganz klar festhalten, mit Abstand das Schlechteste, Das hat auch überhaupt nichts damit zu tun, weil viele geschrieben haben, endlich habt ihr mal verloren, jetzt kommen wir zum Boden der Tatsachen zurück und dass uns das ja an Qualität dann fehlt und wir jetzt mal gesehen haben, was da Qualität ist, völliger Schwachsinn, völliger Schwachsinn. Dieses Spiel haben wir verloren, weil wir in der ersten Halbzeit nicht unsere Chancen genutzt haben, die ganz klar da waren, durch, völlig frei vom Keeper, schießt dem Keeper in die Arme, absoluter Quatsch, Niklas Fülko kriegt den Ball im 16er, schießt den drauf, Abwehrspieler ist schon in dieser Laufbewegung drin, verhältst du den Ball dann ab, beziehungsweise wehrt den Ball dann ab, nimmt den Ball an, schießt dann drauf, kannst du freischießen, gut, passiert aber, abhaken und dann die dritte Chance auch noch hinterher gehabt, ich weiß schon gar nicht mehr, wer da der Schuss war, auf jeden Fall war dann die dritte Chance noch, ich glaube, das war sogar Fülko, oder? Ja, ich weiß nicht. Ja, auf jeden Fall, absolut, hätten wir in der ersten Halbzeit auch Tore machen können und hätten auch zur Pause mit einer Führung in die Pause gehen können. So, aber stattdessen lassen wir es zu, dass Mainzer, die engagiert gespielt haben, immer besser irgendwie gefühlt ins Spiel kommen und mit schnellen, langen Bällen uns völlig aus den Angeln heben. Das Gegentor ist nur ein Paradebeispiel dafür. Es ist eine schnelle Situation, keine Frage, Rückbetriegung dann sowieso schwer, aber es ist wieder ein Tor, was wir über die linke Seite kriegen. Jung und Friedl sind beide nicht beim Gegentor da. Pipa wurde vorhin auch im Chat kritisiert dafür, dass er nicht den Kopfball verhindert hat. Pipa, natürlich wäre es glücklicher gewesen, wenn er da irgendwie hingekommen wäre, in den Zweikampf kommen wäre, aber er hätte zwei Mann gehabt, zwei Mainzer voreinander gestaffelt, niemand war da. Die Abstimmung da war absolut scheiße. So, die Flanke konnte auch nicht mehr verhindern, wenn Ruheff hat noch alles gegeben, hat auch noch reingegrätscht, kam auch nicht mehr hin. Absolut abgefuckt, aber ist halt dann so, ist scheiße, musst du abhaken, dann musst du aber besser zurückkommen. Wir sind in einem Heimspiel, in einem Heimspiel, so aufzutreten nach einer Pause, verstehe ich nicht. Du hast gemerkt, dass in der Halbzeit die Leute mit Wut im Bauch auch in die Halbzeit gegangen sind, auch ein paar Unverständnisse wegen Schiedsrichterleistungen. Völlig richtig, völlig legitim. Der Schiedsrichter war bodenlos teilweise in der ersten Halbzeit. Ich rede jetzt nicht von klaren Fehlentscheidungen wegen dies und das, aber das Gesamte war einfach echt kaum, also ich fand den Schiedsrichter überhaupt nicht gut, meine persönliche Meinung. Wir hätten aber auch ohne den Schiedsrichter verloren, will ich auch nochmal kurz festhalten. Nicht, dass jetzt jemand sagt, Schiedsrichter ausgehen oder sowas, überhaupt nicht. Wir hätten auch ohne den Schiedsrichter verloren. Was mich aber so unfassbar stört, ist halt dann, da geht die zweite Halbzeit los und du hast in den ersten 15 Minuten schon gemerkt, alles verpufft. Du hast es nicht geschafft, diese Wut, Leidenschaft oder Druck aus der Pause mitzunehmen, auf das Feld zu bringen, um dann in der zweiten Halbzeit richtig aufzutreten und mit dieser Leistung auch rauszugehen. Du hast es einfach nicht geschafft. Du hast es komplett verpennt, da irgendwie Druck rauszubringen, zu zeigen, ey, das ist ein Heimspiel, wir, wir wollen jetzt, wir wollen diesen Ausgleich, wir wollen dieses Spiel drehen. Die ganze zweite Halbzeit hatte ich nicht einmal das Gefühl von der Mannschaft zu sagen, ey, die wollen jetzt hier das Spiel, die sind am Kämpfen, wir kriegen jetzt die Chancen und weiß ich nicht. Die erste wirkliche Chance kam dann erst wieder durch Niklas Schmidt bei diesem Schuss, der am langen Pfosten vorbeiging. Das war so der erste Schuss in der zweiten Halbzeit. Von sehr wenigen Toraktionen oder Torrichtungsaktionen in der zweiten Halbzeit. So, das ist zu wenig. Dann kommt Niklas Schmidt rein als Zeichen, weil er auch auf der Bank scheinbar ja erkannt worden ist. Ei, 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 da kommt ja gar nichts von uns. Keine Ideen, keine Lösung, kein gar nichts. Und Mainz hat es halt perfekt dann gemacht. Die haben diszipliniert verteidigt, kompakt verteidigt. Genau das, was ich im Vorbericht ja auch schon gesagt habe, genau das haben die auch gegen Leipzig gemacht. Genau so sind die auch da aufgetreten. Das war nicht überraschend, überhaupt nicht. Es war auch nicht viel anders als in der ersten Halbzeit, außer dass man halt das Tor rücker hatte und kompakter stehen konnte. Das heißt, weniger Risiko nach vorne. Die haben im 4-4-2 dann verteidigt und man hat gesehen, dass sichtlich wir keine Lösungen gefunden haben. Egal, was versucht worden ist, es kamen einfach keine wirklichen Ideen. Ständig ist der Ball zurück in die Abwehrkette gegangen, in unsere eigene Abwehrkette. Da wurde so lange zurückgespielt, bis auf Pavlenka zurückgespielt werden musste, um langen Ball zu schlagen. Das geht überhaupt nicht. Das ist einfach zu wenig. Das muss man so sagen. Das ist einfach zu wenig, um irgendwie gefährlich gegen die Mainzer zu werden. Du konntest so gar keine Gefahr ausstrahlen oder irgendwie sonst was. Dann bekommen wir das Zweite und bekommen mal die Idee, vielleicht jetzt nochmal dreimal zu wechseln. Buchanan, Bürg sind reingekommen. Wer war denn jetzt noch? Buchanan, Bürg und Stey. Genau. Buchanan, Bürg und Stey. Groß, Romano Schmid rausgegangen und Jung rausgegangen. War natürlich ein klares Zeichen, dann offensiv zu gehen und in den letzten 20 Minuten das Ding vielleicht irgendwie noch zu drehen. Aber statt das Ding irgendwie zu drehen oder wirklich Gefahr auszustrahlen, gab es immer wieder Szenen, wo wir einfach ideenlos waren. Einfach der lange Ball. Ja, wirklich. Ich weiß gar nicht, ob ich in dieser Analyse schon ideenlos gesagt habe. Dieser lange Ball völlig, völlig bescheuert. Einfach nur nach vorne geschlagen worden ist. Immer wieder in Richtung Zentners Arme. So gefühlt beim dritten Mal hätte man es auch verstehen müssen, dass das nichts bringt. Trotzdem immer weiter. Zack, zack, zack. Bringt gar nichts. Kein Plan. Füllkrug hatte heute wirklich einen schwarzen Tag, muss man sagen. Erste Halbzeit noch mit der einen Chance. Aber auch da schon ging vieles nicht so ganz zusammen. Viele Missverständnisse. Zweite Halbzeit teilweise völlig abgetaucht. Hast du ihn gar nicht mehr gesehen. Durch am Ende die Rolle gemacht, die wir oder die ja viele sich auch immer wieder mal wünschen. Dieses hinter den Stürmern dann gespielt, fand ich gar nicht schlecht. Hatte ganz gute Bewegungen auch, aber war am Ende alles auch zu wenig. Du hast auch gemerkt, dass egal wie lange wir hätten jetzt noch gespielt, wir hätten da auch kein Tor gemacht. Wir hätten auch kein Tor gemacht. Das Ergebnis geht vollkommen in Ordnung für die Mainzer. Oder beziehungsweise der Sieg für die Mainzer geht vollkommen in Ordnung. Die Niederlage für uns geht auch vollkommen in Ordnung. Es ist nur extrem schade, dass wir es halt einfach nicht schaffen, gegen Mannschaften, die in der unteren Tabellenregion oder beziehungsweise direkte Konkurrenten, auch auf gut Deutsch, dass wir da nicht bestehen. Dass wir da einfaches Nichts auf die Reihe kriegen, wenn wir mal der Favorit sind, auch irgendwie so eine anständige Leistung zu bringen. Mainz hatte vor dem Spieltag aus sechs Spielen fünf Punkte geholt. Und irgendwie schaffen wir es trotzdem, Mainz stärker zu lassen als wir. Dann haben ein paar Leute geschrieben gehabt, Mainz wäre auch individuell besser und qualitativ besser besetzt als wir. Mainz hat Personalsorgen gehabt ohne Ende. Und wir spielen gegen Gladbach und Dortmund. Gewinnen gegen beide und die sind auch personell besser als wir. So. Auf jeden Fall finde ich gegen Mainz sogar, dass wir eher personell deutlich stärker aufgestellt sind und eigentlich mehr Qualität haben. Meine persönliche Meinung. Muss ja nicht jeder teilen, aber das ist so meine persönliche Meinung dazu. Ich sage ja, ich kann auch kaum noch was dazu sagen. Ich finde es sehr, sehr schade, wie dieses Spiel verlaufen ist. Es wären drei Big Points gewesen. Es geht mir jetzt nicht darum, irgendwie nach oben zu klettern, sondern den Abstand nach unten weiter auszubauen. Nur einzig und allein darum wäre es mir gegangen. Das wäre cool gewesen. Das wäre wichtig gewesen. Aber so geht es halt dann nicht. Dann verlierst du dieses Spiel. Ich muss das auch jetzt erstmal verdauen, sage ich euch auch ehrlich. Und ja, mehr gibt es dazu gar nicht zu sagen. Schreibt eure Meinung gerne unten rein. Das war es erstmal von mir.